Hallo, ich habe was ganz Besonderes heute für euch und zwar ein kurzes Interview mit Silvia, weil wir starten demnächst einen Alpha online und darum habe ich ein paar Fragen. Silvia, was ist Alpha überhaupt? Alpha ist eine Einführung in den christlichen Glauben. Alpha besteht aus zehn Treffen und da kann man, wenn man Interesse hat am christlichen Glauben, seine Fragen stellen, Antworten finden und Glauben entdecken. Für wen ist es in erster Linie gedacht? Grundsätzlich ist Alpha eigentlich gedacht für Menschen, die mehr über den christlichen Glauben wissen wollen und erfahren wollen, aber auch noch für Menschen, die sagen, ich stehe eigentlich noch am Anfang von meinem Glauben und möchte einfach ein bisschen einen besseren Überblick kriegen. Andererseits haben wir in den letzten Jahren immer wieder bemerkt und erfahren, dass es für die Menschen auch sehr wichtig ist, dass sie einen Freund, einen Verwandten, einen Vertrauten haben, der mit ihnen gemeinsam den Kurs macht. Das heißt, das ist auch für Leute, die schon sehr lange Christen sind und schon weiter im Glauben vielleicht sind, aber die Freunde haben, die Fragen immer wieder stellen und für die vielleicht Alpha gut wäre, ist auch Alpha gut, weil sie können dann einfach zu den Freunden sagen, hey, da haben wir Alpha, melden wir uns gemeinsam an, machen wir das gemeinsam und finden hoffentlich viele Antworten auf deine Fragen. Ja, okay, also das klingt mir sehr gut. Das heißt, wenn ich jetzt jemanden habe, den ich gerne einladen würde, wie kann ich dann mehr erfahren, wo kann ich mich anmelden, wie funktioniert das? Mehr erfahren über den Kurs kannst du auf unserer Homepage www.fcg-steier.at unter der Rubrik Alpha Kurs und da findest du die ganzen Details, aber heuer ist es auch wichtig, dass man einen Internetzugang hat für Alpha, weil die Treffen werden online stattfinden. Das heißt, du brauchst Internetzugang und entweder einen Computer mit Webcam und Mikrofon oder eben ein Handy, mit dem du auch dann an einem Online-Treffen dabei sein kannst. Wie geht es, wie sieht es aus, wenn Leute zuschauen, die jetzt von ganz woanders kommen? Also unser Kurs richtet sich ja an Leute, die ungefähr 50 Kilometer oder so im Umkreis sind, oder? Falls Corona-Maßnahmen wieder fallen und wir vielleicht was treffen können. Aber wie ist das mit anderen? Genau. Andere Leute, die ein bisschen weiter entfernt sind, haben auch die Möglichkeit, auf alphakurs.at oder alphakurs.de regionalere Kurse für sie zu finden. Also da sind immer die ganzen Kurse aufgelistet und dann ist auch etwas dabei, was in deiner Region ist. Wahrscheinlich wird es da Online- und Offline-Kurse geben, je nachdem, was dir gerade lieber ist. Super. Klingt gut. Ich danke fürs Gespräch und vielleicht sehen wir ja einige von euch online bei Alph Online. Genau. Wir würden uns freuen. Wir wünschen euch eine gute Woche. Tschüss. Ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.